Sehr uncool hier unten. Tu mal, was du kannst, mein Guter. Gibt es nämlich auch sechsmal Schrott irgendwo. Was ich wahrscheinlich schon wieder komplett übersehen habe. Wobei ich hoffe, dass es offen bleibt hier. Nette Fallen. Wobei Schrott ja auch leuchtet, also von daher. Vielleicht habe ich doch noch nichts übersehen. So viel dazu zum Leuchten und Übersehen und Nicht-Übersehen. Ich kann das ja so gut. Das leuchtende Sehen. Das ist nichts glöbig. Ja, ich glöwe. Kommt man da hoch? Moment, das will ich jetzt doch mal gucken. Kommt man hier? Nee. Alles gut, mein Guter. Ich bin ja hier. Ich habe ja nur was geguckt, ne? Ist ja alles gut. Boah, das ist so gruselig hier. Mag hier nicht sein. Ja, eine Betonkiste. Au. Ja, ich... Ich konzentriere mich hier gerade total, dass ich... Ich habe noch einen Laufen sehen. Alles gut. Bleib ruhig, mein guter Jump. Ich habe doch keine Angst. Unglaublich. Was zur Hölle geht hier ab? Ja, gute Frage. Verdammt gute Frage. Okay. 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 Ich gehe da erst noch mal rein. Ne, da ist ja keine Tür, ist ja nur ein Automat. Okay. War was? Ach, wo ist der andere hin? Abgehauen. Hier muss doch irgendwo eine Tür sein. Hm. So merkwürdig hier. Ich sehe wirklich beim besten Willen nichts. Oh. Da kann ich zu Fuß hoch. Da hinten soll ich hier. Und erst mal da lang. Dann gehe ich da mal hoch. Oder wir kommen. Ja, aber ich möchte hier trotzdem gucken. Wenn es recht ist. Einfach, weil ich neugierig bin. Aha. Das geht mir doch zu weit weg. Das geht mir echt zu weit weg. Das muss ich nicht haben. Dazu ist es mir hier unten zu gruselig. Dann ist mir der Schrott echt egal. Oh. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Runter hier. Nicht da lang. Hier runter. Au. Das bringt also auch nichts, da hoch zu laufen, dann denke ich. Da wird nicht viel sein. Na gut. Fahren wir hier mal irgendwo weiter? Lala. Boah, das ist so... unfassbar guselig. Können wir wieder hochgehen? Dann können wir wieder hochgehen. Wir holen jetzt einfach die... Ich gucke mich nicht mehr nach Schrott um. Wir holen jetzt die Lampen und gut ist, ich will hier raus. Das ist mir zu gruselig. Ja, was ist da unten? Können wir das sehen? Ich seh nichts. Na gut, soll mir grad mal egal sein. Weg hier. Ich will einfach nur weg. Boah, das ist so weit weg. Das ist abartig. Sogar als Straße markiert hier. Wollt ihr mich verarschen? Geradeaus, links, rechts, was? Okay, hier endet's. Geht's hier? Hört ihr die Musik? Okay. Später. Doch, da kann ich mich durchquetschen, ne? Ja. Boah, das ist so... gruselig... spannend hier gerade. Ich will hier wirklich nicht sein. Ich fühle mich so unwohl. Ja, die Taschenlampe ist doch an, du... dummes Spiel. Okay, einmal Schrott hätten wir gefunden. Ist ja schon mal etwas. Da seh ich noch mehr Schrott, glaub ich. Ja. Hier war auch ne Tür. Ach, nur ein Klo. Okay. Ja. Auch ein Klo. Hoffentlich liegt nichts hinter der Tür, aber ich will's jetzt auch nicht rausfinden. Ich will hier weg. Gott, diese... diese Geräusche, Musik, was auch immer das sein soll. Das macht mich fertig. Das macht mich richtig fertig. Ich find's so unangenehm. Boah. Bitte, bitte lass mich hier bald raus sein. Gesundheit voll, na, Gott sei Dank. Oh, was würde ich mich mit dem Auto wohler fühlen? Dank der Waffen, die das Auto hat. Was sind wir in dem Flugzeug? Ist hier irgendwo Schrott? So, von hinten mal gucken. Hier, hier, hier. Och, Mann. Vor allem mit dem Wissen, dass hier irgendwo Typen sind. die sich aber verstecken aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich weiß halt nicht, wo sie sind. Und was sie machen. Ich hab's schon wieder eingehört. Du fühlst dich auch nicht wohl, stimmt's, Max? Du fühlst dich hier auch nicht wohl. Okay. Och, Gott. Der fühlt sich hier auch alles andere als wohl, möchte ich meinen. Würde ich glatt mal behaupten wollen. Gott, und das ist so weit weg noch. Das ist so weit weg. Da. Haut schon wieder einer ab. Schrott hätten wir wenigstens komplett. Wenigstens etwas. Alter. Das war unfair. Das war unfair. Weil, ich hab noch so, so aus dem Augenwinkel, die gesehen, in dem Moment kam, kam diese, diese, diese Schockgeräusch. Da haut er schon wieder ab. Ist es immer der gleiche, oder was? Ja. Ja. No way. Fuck it. Wut-Tötung. Sehr gut. Au, 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 au. Au, 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 au. Wandabschluss. Sehr schön. Sehr gut. Darauf hab ich gewartet. Wut-Tötung. Na, komm's. Wand-Tötung. Wut-Tötung. Wut-Tötung. Was ist das? Ich muss erst mal die anderen beiden hier weg, weg, wegkriegen, loswerden. Dann krieg ich das mit dem Schildbrecher vielleicht hin. Night Lizards. Ja, ihr könnt mich mal, ihr Night Lizards. Alter. Sehr gut. Au. Na, komm. Fuck. Boah, er kam nicht weg. Er kam einfach nicht mehr weg da. Wandabschluss. Sehr gut. Mehr hat er auch nicht verdient. Drecksack. Vier aus der Unterdüne. Komm, komm, nimm die Waffe. Weg hier. Können wir hier irgendwo runterhüpfen zum Auto? Ja. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht hier runter. Verdammt. Hier vielleicht. jump, jump, ich komme, ich komme, ich komme. Sehr gut. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann. Oh, oh. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Uncool. Komm schon. Max, komm. Wo, wo, wo lang? Wo, hier lang. Oder? Ja. Oh. Kleine Dreckssäcke. Schöne Falle gebaut da. Au. Wow. Boah, der Donnerstecher, der ist so gut. Der ist so overpowered irgendwie jetzt mit dem Update. Upgrade. Mit dem Update. Mit dem Upgrade natürlich. So geil. Gefällt mir sehr gut. Das war auch okay. Kann es sein, dass wir, dass wir wirklich zu stark sind? Für die, äh, Mission hier. Ich meine, wir sind komplett hochgelevelt. Das Auto ist fast komplett hochgelevelt. Ich glaube, hier lang. Da, wo ich nicht lang wollte wahrscheinlich. Ja. Au, 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 au. Okay, hat dem Auto kaum was getan. Sehr gut. Weg hier. Oh, Gott sei Dank. Puh. Oh, hier. Alles freigeschaltet. Sehr schön. Na dann. Ab nach Gastown. Zack. Puh. Puh. Sehr schön. Da oben. Uiuiuiui. Na, du Trottel. Du Leuchthampel. Wunderschöne. Was ist das EphEx? Versuch holden. ierann. Das kannPCAEST. Oh, nee. Okay. You'll just have a... A little accident. Impresso! A new contestant! Haha! What's your handle, Lighty Boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone's cleared for fighting at the Gas Town races. Eh. Not too many left to choose from. I'd hurry. Der ist so dumm, unsympathisch. Tanz mit dem Tod, ja, sehr schön.